Wir sind auf dem besten Wege zu nem Überwachungsstaat. Zwischen Freiheit und Zensursula ist nur ein ganz schmaler Grad. Vorratsdaten, Onlinespeicherung, Flächendeckenkameras, biometrische Reisepässe, Stasi 2.0, wunderbar. Wir sind alles Terroristen, doch wir machen jetzt zum Ändern klar. Wir sind alles Terroristen, doch wir machen jetzt zum Ändern klar. Du musstest ja mich jetzt unbedingt zu euch...